Hallo, ich bin Sabine Betzing-Lichtentäler. Ich bin 37 Jahre alt und komme aus Alpenkirchen in Westerwald im schönen Rheinland-Pfalz. Ich bin Bundestagsabgeordnete, weil ich gestalten will, weil ich Spaß daran habe und weil ich für die Menschen etwas erreichen möchte. Ich bin im Finanzausschuss tätig und im Sportausschuss und mein Spezialgebiet dort ist zum einen die Mehrwertsteuer, sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene und im Sportbereich kümmere ich mich um alles, was mit dem Glücksspiel zu tun hat. In einer Arbeitsgruppe beschäftige ich mich ganz intensiv auch mit dem demografischen Wandel. Das ist die Alterung in unserer Bevölkerung. Wir werden immer älter, es gibt immer weniger Kinder und da müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit wir diesen demografischen Wandel gestalten. Mich kann eigentlich jeder erreichen, sowohl hier in Berlin über die herkömmlichen Kommunikationswege, Mail, Fax, Telefon oder aber ihr kommt einfach mal vorbei in meinen Wahlkreisbüros. Vier Stück im Wahlkreis, da wird eins davon in eurer Nähe sein.